Dобрый день, друзья! С вами Irina Цырульникова и сегодня мы выучим с вами несколько немецких слов по теме «Lицо человека». Повторяйте на немецком. Die Wange Щека Das Gesicht Лицо Das Auge Das Auge Glas Die Stirn Die Stirn Lob Die Augenbraue Die Augenbraue Бровь Die Zunge Die Zunge Язык Открываем слова Die Augenbraue Die Wange Die Wange Das Gesicht Das Gesicht Das Auge Das Auge Das Auge Die Stirn Die Stirn Die Zunge Die Zunge Die Zunge Die Augenbraue Die Augenbraue Die Augenbraue Die Augenbraue Die Zunge 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 -, Die Zunge Die Zunge Die Zunge Die Zunge Die Zunge Die Augenbraue Чтобы не пропускать оповещения о последующих уроках. Всего доброго и до следующего видео.